Hey, das sollte es gewesen sein. Rookies, alle schon mit Laserwaffen und der besser aussehenden, aber schlechteren Rüstung. Lateran, alle mit der besseren Rüstung, die schlechter aussieht. Alle mit Gauss-Waffen und... Oh, dir fehlt noch was. Dir fehlt noch ein Scope. So. Okidoki. Ja, Rocket hier. Einfach mehr Rockets. Wenn er schon nicht trifft, kann er wirklich wenigstens viel zerstören. Deckung, irgendwo. Und vielleicht trifft es ja. Das ist doch super für eine Rakete. Die ganzen Bände weg. Das Ding da ist nicht so schön. Das ist ein Probeball. Kein Kommentar. Komm. Muss töten. Muss Rookies trainieren. Und übrigens, den ein Rocket hier, der jetzt ein Specialist ist, der... Zählt nicht. Der ist auch ein Rookie für mich. Also, wenn anderthalb überleben, ist es die Gute immer noch gut. Ok. Wenn zwei überleben. Ein Rookie darf sterben, ohne dass ich wirklich... ganz, ganz traurig werde. Wir sind bei diesem komischen Ding. Das ist klar zu Ende. Ich habe keinen Scout mitgenommen. So im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee. Das heißt, wir nähern uns erstmal langsam dem Gebäude. Versuchen da nicht zu viel auf einmal aufzuscheuchen. Also Plan ist es, hier lang zu gehen. Und dabei so ein Auge hier in das Gebäude zu haben. Mal schauen, wie das hinhaut. Du bleibst da. Ja, jetzt wird es ein Mangelware, was Deckung angeht. Ich gehe einfach vor ohne Deckung. Und gehe mit ihnen einfach nur overwatch. Ja, ihr seid die Harten. Ihr dürft einfach so da stehen bleiben. Hallo. Ja, ich höre eine Drohne. Und Mutants. Oh, ist okay. So, das ist mein westlichster Char. Es geht schön weiter geradeaus. Also, in Ordnung. Du schnappst immer den. Was? Drei Berserker. Ja. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Ähm. Das ist jetzt Glück. Das ist einfach nur Glück. Sind alle geschreddert, oder? Hammer. Gut. Sehr gut. Uh. Okay. 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 Und ja, sind alle geschreddert. Granate, würde ich sagen. Ich habe nur keinen Ingenieur mit. Ähm. Du wirf bitte eine Granate. So, Problem. Die werden jetzt alle direkt zu ihm rennen. Und ich sollte keine Granate auf meinen Lucky schmeißen. Auch für die Versuchung ein wenig zu groß ist. Ich friege mich nicht mal auseinander. Ach. Hallerschön hier. Oh, oh, oh. Wo willst du mal? Guten Tag. Hier geht's nicht durch. Okay, kill. Sehr gut. für die ex kommt zwei der schuss muss gleich sitzen dann wäre der aufweg und haben wir echt drei bärsäcke in einer runde gilt sein dass noch kein was richtig normalerweise hat man ja eine mutung gruppe dass ein bärsäcker bei der bärsäcker läuft vor alle schießen bärsäcker und um zwei da werde ich normalerweise sehr sehr wöhnisch jetzt haben wir drei euro so weggenutzt nett echt ist er okay dann geht du mal dahin das ist jetzt weg dafür hast du neue ziele schade so das ok der trop hat zu viele bärsäcker verloren und sie zurück so jetzt sind die flow du machst uns kommt im overwatch runter das ist gemein die ziehen sie echt zurück sehr schön also merke mutons sind noch da unterwegs ich müsste eigentlich in der tüten wer mag die in der tüten da ist die chance zu bringen warte hey du siehst ihn sehr schön dann double tappt ihn mit immer weg einundsechzig prozent so du kannst rakete schießen und wenn du es kannst dann machst du es einfach auch triffst hoffentlich das auto oder die wand weil es wird sehr toll mal fand fand hast du ordentlich zerstört du kannst nur auf den nach vorne schießen du kannst auf den schießen der kennt die kommen hat deswegen erst totes hier und siebzig klingt so gut noch haben wir nur noch brach das in 66 auch nicht gut genug sind da hinten ist noch einer den einen können wir da ruhig noch kommen lassen da müssen wir hinterher stürmen zumal ja noch zwei mutons sind die sich jederzeit neu gruppieren können zwei mutons ein floater und ich höre immer noch irgendwo drohen das wird grupp 3 sein und das könnte es dann schon gewesen sein du ebenfalls nutzen aber den letzten rest eines zuges zum nachladen und da ist der rest guten tag 90 prozent dann schießt doch mal auf die hinteren weil ich denke mal deine kollegen werden die hinteren nicht so gut sehen können wie du 96 prozent schön schön also zwei mutons ein floater und wie viel drohen noch drei drohen rakete da hat einfach so menschen reparieren die sich jetzt gegenseitig das wäre ideal das team ist für weg baller das team ist für dich schon für dich weil du ein bisschen hinten bleiben willst ist ja auch völlig okay die videoaufzeichnung sehen von den letzten missionen ein floater eine drohe zwei mutons du flitzt einfach im kreis oh rakete 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 mako das ist ein wenig das ist ein wenig der nüge gewesen ja er ist genau dahin geflogen dass man so gut kommen konnte komischer plotter ne so nicht du bist nur halbe deckung aber was hältst du aus du hast so viel hp selbst wenn die e-mail kritisch trifft bist du nicht tot das ohne die beste rüstung im spiel das ist sehr gut also primär weil sie besser aussieht aber der hp boost ist natürlich auch sehr schön du kannst nur einmal schießen muss danach laden ist okay wenn das einmal ein kill ist vorrücken da ist nämlich noch ein mutter genau du hast den indirekt schon gesehen dass wir die musik nicht wieder los aber versteckt sie so ein kleines bisschen dicken schüchtern aber den kriegen wir den kriegen wir da raus kann ja nicht weg da ist der kartenrad da darf man nicht rausgehen das ist verboten ja ist hier gerade blöd mit aufrücken weil irgendjemand die deckung weggesprengt auf dem weg nach laden hier und alt oben achso du kannst da jetzt sind mit den mal halt den kopf unten da ist er bei warum auch mal der general dass einer noch ins mikro gebrüllt hat aber schöne missionen kein rookie gestorben sehr gut für die foto und zwei beförderungen so du hättest lock and load was an sich eine schöne fähigkeit ist aber für den medic nicht unbedingt ich nehme genau wie bei dem anderen medic der diesen rang erreicht hatte sprinter und die beiden beförder ich gleich in den baracken so fast keine lois ein bisschen extra mailt hat sie gesagt und leichen ja das wichtigste waren aber echt die rookies die rookies hier so ich hätte ganz gerne ingenieur klingt super dann assault scout medic scout und eine sold als nächstes da jo sehr gut so keine rookies mehr müssen erst neue kommen das dauert aber auch nicht mehr lange kontakt und da will das land nee wo ist ein ufo äh so liegen zerstörer stoppst den mal ein bisschen wenn wir so tief wenn er so wo 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 was so hölle war das es war ein schuss mit und irgendwie 90 prozent schaden gleich ich habe wild auf knöpfe gedrückt oder dazugehauen Ich habe auch den Track gedrückt, statt ab Bord. Und mit dem zweiten Schuss auch instant wieder ein Treffer und kaputt. Das heißt nicht nur, dass das Flugzeug jetzt weg ist, sondern wir haben auch kein Flugzeug mehr, um hier weiter abzufangen. Okay. Haben Gott sei Dank nichts gemacht. So, ihr wollt 20 Drohnen haben. Japan. Ja, komm, okay. Commander, unser Krieger ist runter. Wir haben Kontakt verloren. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß. Okay, North America, Order. Ja, eigentlich gleich zwei. So, die haben dann keine ordentliche Ausrüstung, sonst müssten wir demnächst noch wieder neue Phoenix Cannons kaufen. Und da ist der Floater. Uplink Targeting Aim available for Manufacturer. Und Shaped Armor Project. So, das sorgt dafür, dass wir was ertreffen. This module will burn out after correcting two misses without primary weapon into hits. But it will be unavailable for fighters in defensive posture. Okay, also wir bauen davon so viele, wie es geht. Wir schicken alle unsere Flugzeuge los im Normal-Modus. Und die treffen dann mindestens zweimal. Also wahrscheinlich eher so sein. Der trifft regulär. Er würde normalerweise nicht treffen. Der trifft also nochmal. Dann eventuell nochmal daneben. Dann greift es nochmal. Dann wäre es schon mal drei Schüsse. So, drei Schüsse breichen schon eigentlich unbedingt aus. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Ding. Shaped Armor. The Invaders Mechanized Cyber Suits are of course armored mode wahnsinn. Aber ja, blöd, was macht das? Achso. Mehr HP. Für unsere Mechions. Akzept. Ich kann Floater interrogaten. Ich wusste gar nicht, dass ich davon noch eine habe. Hier, den go. Sehr aufgebracht, der Jungemann. Also, das ist schon mal schön. Das heißt, hätte ich jetzt aus Versehen das Ding abgerissen, wäre der Floater irgendwie abhanden gekommen. Und so kriegen wir vielleicht noch für irgendwas einen Research-Bonus. Ich weiß jetzt nicht was, aber das gucken wir dann. Vorher allerdings... Oh, ich kann jetzt schon eins zersäbeln. Ähm, 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 ähm. Sollte das möglichst hoher sein oder möglichst niedriger? Mann, Mittelding. Warning. Soldier will lose XP and one rank if converted. All stats are reset, except the measure of above average will is retained. Okay, er bekommt... Also es hängt... Wow. Was? Ähm. ja also bekommt er eine Doppelschussfähigkeit der wird eine Deckung kriegt eine Schadensreduktion und kann vom Gegner einen Punkt Rüstung ignorieren will lose X and one rank was ist wenn ich jetzt einen von den richtig guten nehmen würde Tarsus zum Beispiel wäre immer noch relativ hoch ich glaube ich nehme einen von den guten allerdings habe ich noch gar keinen gar keinen Bot für ihn also ich würde ihm dann die Arme und Beine amputieren und hätte noch kein Gerüst um ihn da reinzustecken ich denke das ist nicht besonders nett sowas zu tun also lassen wir das the soldiers who volunteer for mech trooper augmentation sacrifice much but they do not leave themselves entirely behind a mech trooper will be able to apply some of the training and knowledge from his or her previous combat specialty to the cyber suits operation while I understand any reluctance the commander might feel about deploying the mel the substance we've managed to recover a vast reserve from our field operations I believe the inherent risks outweigh the potential consequences and the engineering team could use this material to create new weapons systems that provide substantially more firepower to our troops ja Problem ist halt wir müssen erstmal sehr viel Zeit Geld und Ressourcen investieren in die Ausrüstung für die mags bevor wir wirklich mit den arbeiten zum Beispiel ja sowas wäre eigentlich noch wichtiger wo ich irgendwas anderes mache 25 floater corpses du bräuchtest nur Geld sehe ich gerade was ist mit dem hier oh 150 Eloise ja ne da ist da mehr Schaden einfach nur Geld gut dann machen wir doch mal einfach so Geld und zwar indem wir zwei von den Carapace Rüstungen verkaufen das sind die die wirklich normalerweise bekommen brauchen wir also nicht so häufig dann make tweet calls haben wir eine ganze Menge ich denke ich komme nicht mal eben so dahin oh die Verlangsrüstung das ist warum ist Central plötzlich so schnippisch ich habe doch gar nichts getan dafür noch ein paar die Fluteleichen brauchte ich ja okay ich muss mal wieder etwas gemeines tun ich muss auf 290 rumkommen guck mal engineering foundry da penetrative weapons weaknesses in the design weapon systems to penetrate alien armor go mehr schaden und mal wieder pleite weil wir bräuchten jetzt eigentlich Geld für das kommende Labu warte mal wir brauchen da kein extra Gebäude für das Zerstückeln von den Leuten um meck zu werden das wer alles in der foundry gemacht ah sehr schön trotzdem bräuchte ich noch das Geld für die genetische Modifikation und ich bräuchte Geld für die Waffen für die Flugzeuge und vielleicht noch ein, zwei neue Rookies also irgendeine Mission die viel Geld gibt oder Sachen die ich verkaufen kann wäre echt schnieke und ich bräuchte mich noch ein, zwei Rookies und ich bräuchte mich noch ein, zwei Rookies und ich bräuchte mich noch ein, zwei Rookies